Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute sprechen wir über ein sehr häufiges Symptom, auch in den Wechseljahren. Es geht um die Schlafstörungen. Nicht nur Einschlaf, sondern auch Durchschlafstörungen sind häufig Begleitsymptomatik in den Wechseljahren. Warum das so ist, woher das kommt und wie man dagegen vorgeht, das erkläre ich in dieser Folge. Schlafstörungen gehören sicherlich zu den Top 5 Wechseljahresbeschwerden. Was für andere Wechseljahresbeschwerden es gibt und welche anderen vier zu den Top 5 gehören, erfahrt ihr in diesem Video, wo ich über die fünf häufigsten Wechseljahresbeschwerden spreche. Heute soll es ein bisschen expliziter über die Schlafstörungen gehen, weil die natürlich extrem lebenseinschränkend sein können. Man stelle sich vor, man schläft schlecht ein oder sogar durch, steht um 2 Uhr nachts auf, kann nicht mehr einschlafen und um 6 Uhr klingelt der Wecker, weil die meisten Frauen in den Wechseljahren sind ja noch erwerbstätig und müssen gesellschaftlich natürlich am nächsten Tag genauso funktionieren, wie an jedem anderen Tag auch. Nichtsdestotrotz haben diese Frauen oft extreme Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen, was natürlich das Leistungspensum überhaupt nicht erreichen lässt. Und in diesem Zusammenhang müssen wir ein Hormon ganz besonders beleuchten, nämlich das Progesteron. Wer hier auf YouTube schon gut aufgepasst hat, weiß ja, dass ab dem 40. Lebensjahr sogar schon der Progesteronspiegel langsam aber sicher sinken kann, wie in meiner Lieblingsgrafik hier dargestellt. Wer übrigens noch mehr über Wechseljahresbeschwerden, Linderungsempfehlungen und mein persönliches praktisches Vorgehen mit Wechseljahresbeschwerden sehen möchte, der darf sich auf www.richtigwissen.de den eigenen Online-Kurs zu Wechseljahren und wie man denen am besten ganzheitlich begegnet anschauen. Schaut gerne mal auf der Plattform vorbei, lohnt sich in jedem Fall. Progesteron und der Progesteronmangel an sich sind also ein Problem, aber gar nicht so sehr das Progesteron an sich, sondern ein Stoffwechselprodukt, das Alupregnalolon. Hast du vielleicht auch schon mal hier auf diesem Kanal gehört. Ein sehr komplexer Stoffwechselschritt, aber damit du es verstanden hast und vor allen Dingen für den nächsten Scrabble-Abend benutzen kannst. Progesteron wird in den Gliazellen der Neuronen zum Beispiel zu Alupregnalolon gemacht. Und zwar ist da das Enzym 5-Alpha-Reduktase sehr wichtig, was Progesteron zu 5-Alpha-Dehydro-Progesteron werden lässt. Dieses wiederum wird dann zu Alupregnalolon umsynthetisiert. Und dieses Alupregnalolon kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und im Gehirn sogenannte GABA-Rezeptoren modulieren. Was heißt das jetzt für dich? Die GABA-Rezeptoren sind sehr sehr wichtig, um zwischen Sedierung und Anregung zu regulieren. Alupregnalolon und im Umkehrschluss Progesteron wirken sedierend, angstlösend im Gehirn. Und das ist jetzt eigentlich die wichtige Aussage. Hast du weniger Progesteron, hast du auch weniger Alupregnalolon und deswegen wirkt es im Gehirn auch weniger sedierend und angstlösend. Und das ist der Grund, warum ein Progesteronmangel jeglicher Art, nicht nur bei den Wechseljahren, sondern zum Beispiel auch wenn man die Pille einnimmt oder aber auch wenn man zum Beispiel eine Essstörung hat, Leistungssport macht und deswegen der Zyklus zum Erliegen kommt, da fehlt natürlich Progesteron und entsprechend eben das Stoffwechselprodukt. In Amerika zum Beispiel ist seit 2020 ein Wirkstoff zugelassen, der dem Alupregnalolon, dem natürlich vorkommenden, komplett identisch ist. Und es wird bei postpartaler Depression, also der Depression nach Geburt, eingesetzt. Weil man hier sieht, dass bei postpartaler Depression der Alupregnalolonspiegel auch niedrig ist, wird als große Ursache für Schwangerschaftsdepression und postpartale Depression herangezogen. In Deutschland ist dieses Medikament noch nicht zugelassen und by the way, es ist auch in der Anwendung ziemlich aufwendig, weil es mehrere Tage intravenös gegeben werden muss und das ist für viele natürlich ziemlich abschreckend. Aber ich denke, die Forschung wird dahingehend weitergehen, dass es irgendwann ein bioidentisches Alupregnalolon in Tabletten oder Gelformen gibt, was dann entsprechend auch eingesetzt werden kann. Nicht nur bei Schlafstörungen, sondern eben auch bei Depressionen und Angststörungen. Soweit sind wir aber noch nicht. Also was kannst du jetzt tun gegen die Schlafstörung? Man geht immer stufenweise vor, erstmal muss man natürlich schauen, wen hat man hier vor sich, ist es wirklich eine Frau in den Wechseljahren und weiß man um den Progesteronmangel eigentlich schon Bescheid. Ja, man kann das im Blut oder im Speichel verifizieren, also die Hormone bestimmen. Richtig zielführend ist das nicht, weil es zählt, was die Frau vor mir sitzend mir schildert und erzählt. Weitere Faktor für die Schlafstörung sind nämlich noch die Hitzewallung und die Schweißausbrüche. Die kommen ja auch gehäuft nachts vor. Wenn also Frau eh schon Einschlafstörungen hat, dann noch um 2, 3 Uhr nachts wach wird, weil sie schwitzt und weil sie Hitze hat und dann nicht mehr einschlafen kann, das ist natürlich doppelt belastend. Und wenn diese Konstellation schon vor mir sitzt quasi als Patientin, dann kann ich natürlich schon sagen, okay, hier ist ein Hormonmangel hochwahrscheinlich. Natürlich muss ich dann im Vorfeld Blut abnehmen, die Hormone bestimmen, weil ich eventuell eine Hormonersatztherapie vorhabe zu machen. Aber im Grunde bräuchte man diese Hormonbestimmung nicht. Lernst aber alles in dem Online-Kurs Wechseljahre. Wie geht man jetzt therapeutisch vor bei Schlafstörungen? Erstmal wird natürlich geschaut, wie ist die Schlafhygiene der Frau? Schlafhygiene ist hier vielleicht ein Begriff. Das sind im Prinzip die Routinen, die Rituale, die man vor dem Schlafengehen macht. Und wenn hier zum Beispiel Bildschirmzeit irgendwo noch mit drin ist, dann muss man die oder sollte man die reduzieren. Wenn du spätabends noch zuckerhaltige Dinge isst oder auch aufregende Dinge machst, Sport betreibst bis spätabends, dann sollte das alles reduziert werden. Es geht wirklich darum, dass man den Körper langsam auf den Schlaf vorbereitet. Und da kann es sein, dass du vielleicht lieber ein Hörbuch hörst oder ein Buch liest, aber auf keinen Fall mehr das Handy in der Hand hast, das iPad oder irgendwelche Filme oder Serien noch im Schlafzimmer schaust. Also die Schlafhygiene muss erstmal analysiert werden, ist hier Optimierungsbedarf. Dann kann man auch die pflanzlichen Heilmittelchen nennen. Baldrianhopfen sind so zwei Klassiker, die auch nachgewiesenerweise helfen bei Einschlafstörungen. Auch wenn es mit Angststörungen oder auch Depressionen zu tun hat, kann man natürlich auf Johanniskraut zurückgreifen. Bei Johanniskraut muss man extrem aufpassen. Das hat nämlich viele, viele Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Also bei Johanniskraut nochmal gesondert aufpassen. Und dann kommen wir zur quasi Eskalation. Oder wenn ich eine Frau vor mir habe, die eh Wechseljahresbeschwerden hat, hormonbedingt, da muss man natürlich das Produkt zurückgeben, was dem Körper fehlt, nämlich das Progesteron als bioidentisches Hormon. Und in dem Falle, ich gebe Progesteron unglaublich gerne auch als Gel über die Haut, aber in dem Falle macht die orale Gabe extrem viel Sinn, weil auch in der Leber dieses Stoffwechselprodukt Alupregnanolon zustande kommt, in viel höherer Dosierung, als wenn ich es zum Beispiel über die Haut appliziere. Und deswegen macht hier Progesteron in einer speziellen Dosierung, das ist sehr individuell, 100 oder 200 Milligramm, abends vor dem Schlafen gehen durchaus Sinn, um hier dieses Alupregnanolon hochzufahren, um eben diesen sedierenden Effekt auf den Schlaf zu haben. Wie man das Ganze jetzt mit dem bioidentischen Estradiol kombiniert, wenn es jetzt noch Schweißausbrüche oder auch Hitzewandlungen gibt, das muss natürlich ganz individuell besprochen werden, auch wann was appliziert wird und wohin. Estradiol macht zum Beispiel auch gerne mal Herzrasen, das ist natürlich nicht sehr schlaffördernd. Und deswegen muss man hier mit der Patientin zusammenarbeiten, wie man was dosiert. Jetzt weißt du auf jeden Fall besser Bescheid, warum es in den Wechseljahren oder auch unter anderen Umständen zu Schlafstörungen kommen kann, wie man dem Ganzen relativ einfach auch entgegnen kann. Und ich hoffe, das Video hat dich ein bisschen aufgeschlaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass mir doch bitte einen Kommentar da und ein Abo, wenn dir das Video gefallen hat. Bis dahin. Tschüssigowski. Musik 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 Musik